Die Keynote zum ersten Tag der AMD 09 hielt Jean-Pierre Fumagalli. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der SmartClip AG. Sein Thema Änderung der bestehenden Kräfteverhältnisse von Content, Distribution und Monetarisierung und ihre Folgen für die Medienlandschaft. Und gerade in der Medienlandschaft deuten sich große Veränderungen an. Interessant ist eigentlich, und das ist das Entscheidende, dass die Ad-Server-Technologie, das Ausliefern von Ads in den Fernseher wandert und damit natürlich auch die Art und Weise, wie Ads auch im Fernsehen geliefert werden, werden in Zukunft den Marktgegebenheiten des Internets folgen. Das war bis jetzt noch ein abgeschotteter Markt, jetzt wird da digitalisiert das Fernsehen, jetzt kommt die Internetübertragung und damit natürlich auch die Ad-Auslieferungslogik. Und das ist eigentlich vielmehr die größere Veränderung als wer liefert welchen Content.